Wenn dein Menschengeist in diesem Affenkörper ist und du einen Affen fickst, wäre ja eigentlich dann besser, als wenn du in deinem Affenkörper einen Menschen fickst, oder? Ah, Tino, wie geil ist das denn? Früh aufstehen, wow. Ja, es ist schon wieder um 13 Uhr, ey, ich könnte kotzen. Das ist zum Samstag. Diese hässlichen Influencer, ne? Oh, es ist so früh am Morgen. Und heute ist es besonders schlimm, wir haben drei an der Zahl hier im Podcast. Ich habe mich gerade Influencer genannt. Ja, tut mir leid. Okay. Wie soll ich dich denn sonst nennen? Weiß nicht, aber ich möchte euch hier drauf hinweisen, meine Produkte zu kaufen. Okay, machen wir. Gut, an den links unten. Machen wir. Wir haben gedacht, wir machen jetzt hier schon eine Weile Podcast, aber so richtig Ahnung haben wir immer noch nicht. Wir holen uns mal jemanden ins Boot, der auch schon eine Weile Podcast macht und keine Ahnung davon hat. Das ist doch gut, vielleicht lernen wir voneinander. Robin! Ich quatsche dir zum Beispiel in die Anmoderation rein und so. Ich habe gar keine Ahnung, wie das geht. Tino! Hey! Ja, wir machen gerade mal wieder über Discord, da ist das auch normal, dass das so ein bisschen sich überlappen kann. Das ist okay. Aber auch mit Recht, denn die Thüringer... Wir sind Corona-conform. Genau, die Thüringer Inzidenz ist wieder bei irgendwas bei 200 oder so. Das ist also alles gut so. Werden wir jetzt wieder in unsere Wohnungen eingeschweißt? So wie in China damals? Wir werden eingesperrt. Das ist quasi hier wie in Nordkorea oder so, habe ich kürzlich erfahren. Viel schlimmer. Ich habe eine Hygiene-Demo aus Kassel geguckt und der Mann hat gesagt, er wohnt hier in einem Staat, der ihm weniger Rechte zuweist, als Nordkorea ist, Hete. Er wird das wissen. Ja, also so ein Impfausweis ist dann auch wie so ein Stern an der Jacke. Ja, kann man auch quasi schon dran machen, ne? Ja. Hey, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet heute. Wir haben uns ja schon vorgestellt. Wir haben ja schon Namen gedroppt. Wir haben das so professionell gemacht. Das ist einfach die Präsenz von Imp hier. Imp, sehr, sehr geil, dass du da bist. Das ist nämlich die 110. Ausgabe. 1.1.0. Und wir haben ja alle Ahnung, was mit der Polizei so geht, oder? Hattest du auch schon mal Stress mit der Polizei? Ja, schick die Polizei. Genau. Ne, also ich muss es zurücknehmen. Ich bin neulich in Schritttempo Fahrrad gefahren, habe ganz kurz aufs Handy geguckt. In dem Moment ist ein Sixpack neben mir angehalten. Und drei Leute sind ausgestiegen, haben mir richtig den Weg versperrt. Haben dann gesagt, ja, Punkt in Flensburg 90 Euro. Und dann hat er aber gesagt, wir sehen davon ab. Also danke, Polizei. Ja, mir ist das andersrum passiert. Ich bin mit dem Fahrrad über eine rote Ampel gefahren. Ich hatte es sehr eilig. Das war so eine Fußgängerampel. Auch keine komplizierte Kreuzung oder so, sondern man konnte längst und rechts sehr weit in die Straße reinsehen. Ich glaube, die Kreuzung hätte genauso gut funktioniert ohne eine Ampel. Und ja, ich hatte es sehr eilig und bin da mit dem Fahrrad drüber. Und Zivilpolizisten sind mir mit dem Auto hinterher gefahren. Und als ich das Fahrrad angeschlossen habe, haben die gesagt, so junger Mann, das geht ja so nicht. Und ich war da gerade noch in der Probezeit mit dem Auto. Und dann musste ich 100 Euro bezahlen und ein Punkt und ein Aufbauseminar, wo fünf andere Leute waren, die auch was mit dem Fahrrad gemacht hatten. Und da haben sie wohl in der Woche ein bisschen vermehrt auf Fahrradfahrer geguckt. Und es ist ja nichts passiert. Mir hat der Polizist auch noch gesagt, das wäre ja auch furchtbar gefährlich für andere. Und ich meine ja, wie wenn ich mit dem Fahrrad vom Auto getroffen werde, dann sieht der eher schlecht für mich aus. Und er meinte, ja, aber was ist denn, wenn da eine alte Oma ist und sie fahren die um mit dem Fahrrad? Und als ich ihn dann gefragt habe, was die alte Oma denn bei Rot auf der Straße zu suchen hat, wusste er auch nicht weiter. Das kann man halt immer gerne sagen. Die alte Oma, und die ist dann tot, wenn du die mit dem Fahrrad anfährst. Du bist schuld. Ja gut, aber da musste ich dann viel Geld bezahlen und zu so einem komischen Seminar hingehen. Das war nicht schön. Ja, das wäre ja dann auch wieder natürliche Auslese gewesen. Tino, ich muss es noch einmal kurz anbringen. Du hast ja diese Woche diese drei Schneeflocken gesehen, die da vom Himmel kamen. Ja. Instant wurde der Bauhausplatz und der Theaterplatz wieder gestreut. Was soll die Scheiße? Wolltest du das gaten oder was? Ja. Gib das gerne an unseren Freund Daniel Graz weiter. Ja. Ich sag's, also wenn deine Oma diese zwei Schneeflocken nicht überlebt, dann soll es nicht so sein. Ich glaube übrigens, es hat diese Woche im Königshaus geschneit, Tino. Ja, es gab einen ganz bitteren Trauerfall in der Weltgeschichte. Der Rapper DMX ist gestorben. Ich war sehr erschüttert. Hab ich auch mitbekommen. Wir haben gestern noch mal ihm zu Ehren ein bisschen DMX gehört. Und ich muss sagen, er hat zwar jetzt nicht den größten Wortschatz. Er bellt eigentlich die meiste Zeit und brüllt das N-Wort durch die Gegend. Aber also so von der Delivery her, der hat schon Power in der Stimme. Und ich habe gewonnen, dass sogar die Queen geweint haben soll gestern. Also das muss ganz schlimm für sie gewesen sein. Das stimmt, der ist ja auch tot. Nein, nein, sie war ein großer DMX-Fan, glaube ich. Ja. Deswegen ist sie ein tiefer Trauer. Also ich habe gestern auch DMX gehuldigt, indem ich mir eine Überdosis reingeballert habe. Das war geil. Ach, ist der an einer Überdosis gestorben? Der ist an einer Überdosis gestorben. Also der lag jetzt irgendwie auch ein paar Tage schon im Krankenhaus. Wegen Herzversagen da oder so. Und gestern meinte noch der Manager, ey, macht mal keine Fake News. Der lebt noch. Und dann huch. Ja, ich habe vor ein paar Tagen schon mal gesehen, dass irgendwelche Leute bei Facebook oder so DMX und einen traurigen Smiley gepostet haben. Und dann dachte ich erst, dass er halt gestorben ist. Habe den gegoogelt und gesehen, okay, Wikipedia und so steht überall kein Todesdach. Und dann dachte ich, das ist irgendwie vielleicht wieder so eine Trollaktion. Und jetzt ist er einfach doch hops gegangen. Aber immerhin hat er was gemacht, was der Hood würdig war. Jetzt nicht wie die Prodigy von Mob Deep, der einfach an einem Ei erstickt ist. Also das ist ja lächerlich. Ja, also ich habe seine Musik ehrlich gesagt nicht so gehört. Aber der ist, glaube ich, in Born to Die zu sehen. Ein Film mit Jet Li auch. Ich glaube, das war der. Und da fand ich den okay. Also ich habe keinen Film mit ihm gesehen. Aber ich kenne die tollen Lieder von ihm. Ich kenne ihn eigentlich durch das Meme damals. Kennt ihr das noch? Nee. Es gibt so ein Z0R.de, da wo die geilen Flash-Animation-Dinger waren. Da gab es so ein Meme, was verbreitet war, dass du irgendeine normale Szene siehst. Und plötzlich ist dann mit Paint einfach mitten aus dem Nichts wird einer quasi digital geblackfaced. Aber damals wusste man noch nicht, dass das schlimm ist. Also nicht direkt. Es ist so richtig schlecht mit Paint gemacht. Also so, dass man noch sagen kann, das ist irgendein Cartoon oder so. Und dann lief das Lied Where the Hooded von DMX. Okay. Ich verstehe den doppelten Boden nicht. Aber auf der Website ist ja auch echt viel. Wenig doppelten Boden, ja. Ja. Ja, aber Tino hat es schon angesprochen. Doppelt so alt ist geworden Prinz Philipp. Und, ähm, der ist jetzt kurz vor seinem 100. Geburtstag gestorben. Und der Brennpunkt hat es noch vor wenigen Wochen prediktet. Wir haben noch gesagt, Tino, ja, die Queen, die lebt ewig, die wird nicht sterben. Aber was ist denn eigentlich mit Prinz Philipp? Was macht der denn? Und ich verstehe nicht wirklich, warum sie die Königin ist und er nur ein Prinz ist. Ich dachte, dass Königinnen und Könige heiraten und nicht Prinzen und Königinnen. Nee, weil das ist nämlich der Sexismus, Tino. Die Frauen können sich nämlich glücklich schätzen, wenn ein König eine Frau kriegt, wird sie Queen. Aber wenn die Queen einen Mann hat, ist es halt nur Prinz Philipp. Das ist total bescheuert. Ja. Warum haben die Briten eigentlich noch diese dämliche Monarchie? Wozu braucht man die noch? Und warum interessiert das irgendwelche Deutschen? Das hat mich irgendwie immer schon gewundert, dass, wenn irgendwelche englischen Adeligen heiraten, das Einzige, was sie dafür gemacht haben, ist ja in die richtige Familie geboren zu sein, dann gibt es hier in Deutschland irgendwie Live-Übertragung vom Royal Wedding den ganzen Tag und irgendwelche Leute interessieren sich dafür. Ich raff nicht, warum. Diese Leute haben doch eigentlich nichts gemacht. Ja, dieses ganze Drama um die Royal Family auch, war ja jetzt vor kurzem dieses Interview mit Oprah Winfrey, weil irgendwie da Beef ist mit Meghan und Harry und was weiß ich. Da sind die Leute auf jeden Fall immer am Start. Aber dazu muss ich sagen, das ist eine Sache, die wissen gar nicht so viele, die Queen ist nicht nur von England Queen, sondern von ganz vielen anderen Ländern auch. Kanada, Australien, Deutschland. Na, Deutschland vielleicht nicht. Die Merkur. Aber Neuseeland, Papua-Neuguinea. Echt? Da sind schon einige, ja, ja. Okay. Indien, ach nee, da war ja was. Nee, nee, also das Commonwealth sind so englischsprachige. Und Jamaika ist auch dabei. Also. Ist so. Deswegen, also ganz Jamaika zündet jetzt einen richtig fetten Dübel an für Prinz. Ausnahmsweise für ihn. Ja, ganz ausnahmsweise. Ja, aber komm ey, der Mann ist 99, da macht man sowas halt mal sterben. Das tun die halt, ne? Ja. War keine innovative Idee, meinst du? Nee, also das haben schon einige andere in dem Alter auch schon mal gemacht. Ja. Ich fände es aber witziger, wäre DMX an Altersschwäche gestorben und Prinz Philipp an einer Überdosis. Oder gemeinsam irgendwas. Gemeinsam Überdosis oder sowas, wenn die sich getroffen haben. Geil. Na gut. Ich habe kürzlich ein Bild von dem deswegen angeschaut, von dem Prinz Philipp. Und der sah ja jetzt eigentlich vorher schon tot aus. Der ist ja echt, also der sah ja echt nicht mehr gut aus. Da sah aus, als hätte er sein Verfallsdatum überschritten. Der war schon länger hirntot, glaube ich. Ja. Der hat auch so übel dicke Augenringe gehabt, ne? Ich meine mit 99, come on. Ich glaube, das liegt am Adreno Grobel, der wollte noch ein paar Jahre mehr. Aber um mal das Rad zu schlagen zu Memes und Online-Geschichten. Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen von irgendwie Philipp Amthor Fotos in schwarz-weiß und dann Rest in Peace Prinz Philipp. Das fand ich... Das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, das fand ich nicht so lustig irgendwie. Ach doch. Ich fand es einfach einfallslos. Na also, mich hat es jetzt überrascht. Ich hätte dann jetzt nicht dran gedacht. Vielleicht bin ich auch einfach primitiv. Ja, ich glaube ich auch. Tino ist einfach viel gebildeter als wir beide. Ja, keine Frage. Ich habe einen gekauften Doktor. Ich habe hier die Queen auch nochmal vorliegen. Ich glaube, die sehen einfach beide so aus, aber die Queen ist halt geschminkt. Und er als Mann macht das halt nicht. Wieder Sexistus. Ich habe kürzlich von Vsauce aus einem bisschen, also dem, glaube ich, dem neuesten Vsauce-Video, was aber natürlich auch schon wieder eine Weile her ist, habe ich gelernt, dass die Queen im gleichen Jahr geboren ist wie Marilyn Monroe. Aber Marilyn Monroe hat man immer im Kopf als so eine junge Frau, weil die früh genug geendet hat. Und die Queen kennt man nur als alte Oma, die kennt man gar nicht in Jungen. Ja, um halt die Ärzte zu zitieren, Kurt Cobain hat das gewusst, im Alter droht Gesichtsverlust. Hm. Ja. Tino, hast du gerade der Queen mit Mord gedroht? Ja. Nur indirekt. Wussten wir was? Dass die Queen auch vor Anne Frank und Martin Luther King geboren ist. So alt ist die schon. Das ist schon echt solide, ey. Die sind nämlich beide auch im gleichen Jahr geboren. Und die Queen ist aber noch älter. Also wenn die alle noch leben würden, wäre die Queen älter als die beiden. Das ist schon echt ordentlich. Ja, die wird es schon auch noch ein paar Jahre machen, aber dann ist es auch mal gut, oder? Ja, weiß nicht. Echsenmenschen, die leben ja ein bisschen länger als normale Leute, oder? Ja. Vielleicht verlässt die auch einfach nur die Hülle und geht dann zurück zum Aldebaran oder so hin. Irgendwie sowas. Also ich will es nicht beschreien, aber ich kenne das beim Heimatdorf immer noch, diese Gruselgeschichten, dass wenn der eine Partner stirbt, der andere auch in dem Jahr noch drauf geht. Das war bei uns ganz groß immer. Wenn irgendwie Oma Gerda gestorben ist, in der Nachbarstraße, dann hieß es, ja, dann wird der Günther aber auch sterben, jetzt in kommenden Wochen oder Monaten. Das ist eigentlich auch schon geil, wenn sich quasi das ganze Dorf die Hände reibt. Der stirbt jetzt auch gleich noch. War das ab? Es war fast so, ja. Da wurden Wetten abgeschossen. Broken Heart Syndrom, oder was? Ja, genau. Habt ihr eigentlich schon mal Promi Todes Bingo gespielt? Nee. Ich hab das mal gespielt, damals mit zwei Freunden, da haben wir, jeder an Silvester, haben wir, glaube ich, ich glaube 20 Prominente aufgeschrieben oder 10 oder 20, ich weiß es nicht mehr, die in dem Jahr sterben und ich hatte am Ende, glaube ich, fünf Punkte oder so. War eigentlich ganz solide. Das war das Jahr mit Peter Lustig, Margot Honecker, ich glaube Genscher noch oder auf jeden Fall irgendwie solche. Ich weiß sie auch nicht mehr alle genau, aber ich hatte fünf Leute predicted und die haben das dann auch alle gemacht. Also noch ein paar andere, die das nicht gemacht haben, aber... Ja, geil, Tino, dann müssen wir das wohl mal hier am Brennpunkt machen. Jetzt ist es zu spät, das musst du dann Silvester machen. Ja, dann nächstes Silvester. Haben wir nicht schon mal predicted irgendwie auch vorher, dass wir gesagt haben, die Queen stirbt dieses Jahr und... Ja, ja, so Einzelne, aber dann ist ja, wenn wir wirklich 20 benennen, dann haben wir wenigstens eine Chance. Lass uns lieber ein Überlebens-Bingo machen, wer überleben wird. Okay. Sind euch schon mal eingeladene Podcast-Gäste gestorben? Noch nicht. Bis jetzt noch nicht, du könntest der Erste sein. Ja gut, ich meine nicht hinterher. Ich habe mal in meinem Podcast Martin Belau eingeladen und dann eine Woche später oder so habe ich erfahren, dass er zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn eingeladen habe, schon gestorben war, leider. Oh. Ja, das wusste ich leider nicht. Das kam auch nicht direkt bei dem raus, der war ja nicht so ein großer Prominenter. Bei Herrn Schulte war das auch so. Bei Helmut Kraus habe ich auch vorher schon mal drüber geredet, dass das so ein Wunschgast wäre, aber erst mal, wenn der Podcast ein bisschen größer ist, weil der ist ja auch so ein Fernsehpromi, bevor man den anfragt, erst mal Portfolio haben, aber in der Zwischenzeit ist der dann halt auch hops gegangen. Meinst du nicht, dass der sich vielleicht umgebracht hat, um nicht in deinen Podcast zu müssen? Das könnte sein, ja. Okay, also genug von toten Leuten, kommen wir zu den Lebendigen. Luke Mockridge, habt ihr das mitbekommen? Ja, der hat mich angefasst damals. Der hat dich angefasst, ne, mich auch. Ne, das ist für mich tatsächlich ein persönliches Thema, denn es geht auch um Ines Anioli, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich dachte, weil es um sexuelle Belästigung geht und du da vielleicht irgendwie... Das ist ein persönliches Thema, ja. Ich habe da zufällig Expertise. Ne, ich war mit Ines Anioli sehr oft in Berlin feiern, das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Person. Und die, also das ist so jetzt so ein offenes Geheimnis, eigentlich durch Instagram-Posts vergleichen und so ist klar, dass es, also Ines hat in einem Podcast erzählt, dass sie quasi missbraucht wurde, physisch und psychisch. Und, ähm, dass dann auch so eine, so eine Situation entstanden ist, wo er sie irgendwie rumgeschüttelt hat und hat gesagt, oh, jetzt hätte ich dich fast vergewaltigt, aber ich mache es dann vielleicht doch nicht. Nicht von mir. Und solche, ja, sehr, sehr zuvorkommend. Also, harte Story so. Und sie hat nie diesen Namen gesagt, aber wie gesagt, durch Instagram-Recherche, dass sie zusammen in diesem Zeitraum im Urlaub waren und so, man sieht die an gleichen Orten, ähm, ist quasi rausgekommen, dass es sich um Luke Mockridge handeln muss. Und dann hat Sat.1 auch noch ein Statement gemacht und den Namen direkt verwendet. Aber warte mal, vielleicht haben die ja eine offene Beziehung gehabt. Muss ja nicht sein, oder? Na, er hat zu dem Zeitpunkt irgendwie. Oder hat sie gesagt, dass sie zu dem Zeitpunkt nur die hatte. Genau, und er hat auch zu dem Zeitpunkt irgendwie gesagt, er sagt nicht, mit wem er zusammen ist oder sowas. Also, es war schon klar, dass er zusammen ist mit jemandem. Ähm, ja, und da gibt's jetzt einen richtig guten Shitstorm. Konsequenzen für Luke heißt das Ganze auf Twitter, natürlich, gibt's ein Hashtag dazu. Und da ist grad die Kacke richtig am Dampfen, aber Sat.1 hat ein Statement gemacht und hat gesagt, keine Konsequenzen für Luke Mockridge. Denn, ähm, man soll nicht von, von haltlosen Gerüchten und so, ne? Wobei eigentlich klar ist, dass das schon weit mehr ist als haltlose Gerüchte. Also, in irgendeiner Form ist da was. Ähm, ich bin jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass der direkt überall rausgecancelt wird, aber man sollte zumindest irgendwie der Sache mal auf den Grund gehen. Ich hätte, finde, man hätte den schon vorher, dem vorher Konsequenzen dafür geben können, dass der einfach sehr unlustig ist und da auf der Bühne steht und sagt, Leute, kennt er noch Tamagotchi? Und dann machen alle, ha, 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 kenn ich noch. Ja. Also, das ist ja echt scheiße. Das stimmt. Also, jedes Mal, wenn ich mir so ein Stand-Up vorsichtshalber mal angeguckt habe, weil man will ja weltoffen sein, ne? Da hab ich mich auch ein bisschen vergewaltigt gefühlt. Ja. Center Shocks, Center Shocks. Game Boy. Oh. Die 90er, Leute, die 90er. Vor allem, der ist ja auch durch YouTube groß geworden, ne? Also, zumindest bekannt ursprünglich. Der war in der Pong-WG, oder ich weiß nicht, ob er in der WG war, auf jeden Fall war, hat er ganz viele Videos mit, ähm, wie heißt die Kleine da? Joyce? Genau, Joyce, die war ja in der WG. Hat die sich schon geäußert? Die hat sich, glaube ich, noch nicht geäußert. Das dachte ich nämlich auch, weil die waren auf jeden Fall eine Zeit lang sehr Best Friends, die haben ganz viele Videos zusammen gemacht. Und dadurch ist er erst mal bekannt geworden und dann hat er in Köln halt bei Nightwash irgendwie Stand-Up gemacht und von da aus ging es dann steil bergauf und ich verstehe es echt bis heute nicht. Der ist so fucking unwitzig. Ich dachte auch, dieses ganze Ding, das wäre jetzt irgendwie was total Aktuelles, weil das ja jetzt getrendet ist und dann habe ich das im Stream mir angeguckt und da stand bei dem Podcast, äh, oben rechts in der Ecke vor zwei Jahren. Also das originale Ding, was die Frau da erzählt hat, was ihr, ähm, ja weiß nicht, wie soll man es jetzt ausdrücken? Und diese Ines, was sie berichtet hat über ihre Erfahrungen mit ihm, das hat sie schon vor zwei Jahren gesagt und das hat irgendwie zwei Jahre lang keinen interessiert und jetzt auf einmal hat es irgendwer ausgegraben und gesagt, hier Luke, du Schwein und irgendwie springen alle drauf auf einmal, aber die letzten zwei Jahre hat es irgendwie keiner mitgekriegt oder was war da? Die letzten zwei Jahre, das stimmt schon, aber es gab nochmal einen neuen Podcast. Also sie hat das in ihrem alten Podcast erzählt und dann hat sie es jetzt in ihrem neuen Podcast nochmal angesprochen, vor zwei Wochen. Da war aber noch nicht so ganz klar, dass es sich wirklich um den handelt und jetzt gab's halt dieses Sat-1-Statement, womit confirmed war, dass es sich um Luke handelt, so. Mhm. Und deswegen ist das jetzt nochmal so richtig groß geworden. Hat sich das höchste Volksvertretungsorgan des Landes, die Bild-Zeitung, schon eingeschaltet? Ich weiß es nicht, müsste eigentlich, also Luke Mockridge und Bild-Zeitung, die gehen doch bestimmt Hand in Hand. Ich weiß nicht, kann ja sein, dass die sich mögen, also bei diesem Metzelder war das ja schon, dass sobald die erste Anschuldigung kam, direkt so eine Schlagzeile war, wie der Kinderficker Metzelder, wie kann er nur und bevor es irgendwie ein Verfahren oder irgendwas gab, da hat einer, ich glaube bei dem war es sogar am Ende, der wurde sogar schuldig gesprochen, oder? Das weiß ich nicht. Na, bei jedem Fall, der hat so einen Fußballer, der hatte irgendwie Kinder-Pornos auf dem Rechner wohl oder so und das hat irgendwer anders gesagt über ihn und das ging dann wohl auch vor Gericht, aber schon sobald es die erste Andeutung gab und der Prozess noch gar nicht richtig lief, war die Bild-Zeitung schon am Start und hat sein Gesicht abgedruckt und groß drüber Kinderschänder-Fragezeichen, irgendwie sowas, also so ganz ekelhaft. Aber ich glaube, der Luke Mockridge hat so eine Art ewiger Welpenschutz, weil er doch so bekannte Eltern hat, das sind doch so zwei Schauspieler von der Lindenstraße oder so. Ja, stimmt. Na dann. Und die sind sehr mächtig bestimmt in diesen ganzen Background-Geschichten bei der Bild und so weiter. Das ist eine ganz böse Familie vielleicht, die die Strippen zieht. Kann ich mir vorstellen, wenn der aus so einer reichen, famösen Familie kommt, also Ines erzählt er euch, dass er, dass er sie wirklich so, also dass es wirklich immer nur um ihn ging, er, er, er und dann durfte sie bestimmte Sachen nicht machen. Sie erklärt es so, dass sie jeden Tag aufs Neue rausfinden muss, was okay ist, dass irgendwie wochenlang die Farbe Blau okay war als Beispiel und auf einmal ist eines Morgens Blau nicht mehr okay. Dass das wirklich so Psychoterror in irgendeiner Form sein muss. Ja, aber weiß man. Das traue ich ihm zu. Ja gut, aber wir kennen den alle gar nicht. Ich weiß ja nicht, was ich ihm zutraue. Ich verstehe das nicht so ganz, wieso wir jetzt an so einem Punkt sind, dass irgendwelche Twitter-User oder Podcaster oder was weiß ich wer, alle eine Meinung zu der Beziehung von diesen zwei Leuten haben. Und weiß ich nicht, wir kennen die beiden nicht. Ich war nicht dabei. Luke habe ich halt nur auf der Bühne gesehen und also auf dem Bildschirm natürlich zum Glück, aber das ist ja, ich weiß nicht, wir kennen die halt nicht. Die sind ja auf der Bühne auch ein bisschen anders als in ihrem Schlafzimmer und ich weiß nicht, ob wir uns da überhaupt eine Meinung zu bilden können, dass man sagt, beim Stand-up da wirkt der so und so. Ich traue dem auch zu, dass der ganz schlimme Sachen zu Hause macht. Keine Ahnung, was der zu Hause macht. Weiß ich nicht. Nein, ich finde, also er ist mir einfach egal und ich finde ihn sehr unwitzig. Und ich bin natürlich ein bisschen biased, weil ich einfach mit Ines viel gemacht habe. Aber blau ist ja auch scheiße. Aber blau. Blau ist wirklich scheiße. Mal ganz ehrlich. Ja, also natürlich, solange das nicht irgendwie konfirmt ist, ist es halt nicht konfirmt. Das ist ja klar. Aber von Sat.1, das Ding ist, war einfach nur, dass es halt auf jeden Fall mehr als Gerüchte sind. Also es ist bestätigt, dass es sich um ihn dreht. Aber es gab jetzt noch keine andere Person, die mit einem von beiden zusammen war und auch eine Story geshared hat, sondern das sind nur die beiden gegeneinander und alle anderen halten sich raus oder wie? Ja, es ist noch sehr frisch. Also ich vermute, da wird jetzt so eine richtige MeToo-Woche kommen, wo alle rauskommen und sagen, ja, der Luke. Oder halt auch nicht. Da kommt doch sonst immer so, ja, Luke hat mich vor fünf Jahren auch und ich habe mich nicht getraut. Aber ich kann das bezeugen. Das ist wirklich so, irgendwie sowas. Ja. Mal sehen. Ja, weiß ich nicht. Ich mag den nicht. Aber ob man ihm dann sowas direkt unterstellen muss, keine Ahnung. Ich kann mich da nicht so eigentlich nicht äußern. Aber wusstet ihr, dass Luke Mockridge mal damals bei Schlag den Star war und gegen welchen Prominenten der angetreten ist? Hildmann, oder? Gegen Attila Hildmann, ja. Ja, stimmt. Geil. Was für ein Duell. Da ist es echt schwer zu sagen, wer der bessere Comedian ist, du. Ich glaube, Attila. Ich muss dieses Jahr viel häufiger über Attila lachen, aber der ist ja jetzt weg gerade. Stimmt, der ist ja ins Exil geflüchtet. Ich muss mal gerade gucken, diese Seite, seine YouTube-Kopie, die war gestern down. Ich weiß nicht, ob es die jetzt wieder gibt. Habt ihr das mitgekriegt mit Double YouTube? Double YouTube, genau. Aber jetzt ist doch wieder da. Die ist öfter mal eine Weile down und dann wieder online. Mich wundert, dass das so eine .org-Seite ist, weil ein Kumpel von mir, der sich mit Informatik auskennt, meint, dass die irgendwie .org irgendwo hier einen Serversitz haben müssten und dass man die dann auch platt machen kann, wenn er da halt regelmäßig seine Holocaust-Leugnungen hochlädt. Aber weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht verschwindet die bald und dann sieht man, dass wir wirklich in der Diktatur sind, wenn Attila nicht mal mehr im Internet den Holocaust leugnen darf. Der arme Mann. Wir hatten das Thema, dass er Double YouTube irgendwie ins Leben gerufen hat, um zensurfrei und meinungsfrei seine Videos hochladen zu können. Und alle Menschen können das auch tun. Aber sobald du bei ihm auf den Videos dislikest oder so, wirst du gesperrt. Da kommt dann auch so eine Meldung, wir wissen, wo du wohnst, du Hurensohn. Völlig meinungsfrei und neutral. Neutral. Ja. Nice. Also, welcher Sache ich nicht neutral gegenüberstehe, ist einer japanischen News. Denn ich war schon mal in Japan, Tino. Nein. Also, das ist so eine Meldung, wo ich mir dachte, Moment, das gibt's noch oder das gab's noch. Es gibt jetzt ein Verbot für japanische Schulen, die Farbe der Unterwäsche von ihren Schülern zu überprüfen. Es ist fucking insane. Also, es gab ein paar Schulen. Eine Diktatur, sag ich dir. Eine Diktatur. Die armen Lehrer. Ich glaub, 36 Schulen betrifft das noch wirklich aktiv, dass es die Regel gab, man darf nur weiße Unterwäsche tragen. Und die Lehrer haben das auch mitunter überprüft, ob das so ist. Warum? Das ist, ja, weil Japan manchmal ein bisschen weird ist und das wahrscheinlich eine sehr alte Tradition ist. Da gab's ja auch noch diese Regelung mit irgendwie Haarlänge oder so. Und du hast ja auch die Schuluniform. Das muss ja alles dann, ne? In Reih und Glied sein. Und dein Glied muss in weißer Unterwäsche sein. Aber spannend, dass Michael Jackson nie nach Japan auswandern wollte, um Lehrer zu werden. Das stimmt. Das hat mir übrigens wieder Wachsel zugespielt. Und diesmal hab ich's mir durchgelesen. Danke dafür. Oh, es gibt hier übrigens auch Beef und Anschuldigungen. Attila hat vor zwei Wochen hochgeladen. Abstand halten von Querdenken. Oh. Also, oh, oh. Es kriselt. Und ich hab grad hier Double YouTube auf und sehe auf der Startseite Most Popular Recent Uploads. Eine Dokumentation. Ratet mal, welche. Dokumentation jetzt mal in Anführungszeichen. Okay. Was ist das? Es ist Der ewige Jude. Dokumentation 33. Ist, glaub ich, eine neutrale Plattform. Ah, und darunter Never Gonna Give You Up von Rick Astley. Ja, okay. Tolle Plattform, Attila. Hast du gut gemacht. Oh, Gott. Jetzt kam ja auch die Schreckensmeldung von Michael Wendler, dass er verkündet hat auf der Evergreen, diesem komischen Fachterschiff, da was sich verbogen hat und was quer lag, ein Querdenker-Schiff quasi, auf dem sollen Kinderleichen entdeckt worden sein, hat er behauptet. Und hunderte Kinder sind befreit worden. Vielleicht hat sich das deswegen gedreht, weil die Kinder doch nicht tot waren und alle gleichzeitig in die gleiche Richtung gelaufen sind und dann ist das Schiff ans Wanken gekommen. Das war eine Rettungsaktion und ich konnte, naja, du bist ja her weinen hören. Okay. Wahrscheinlich wird das so gewesen sein. Oh, Mann. Oh, Gott. Das klingt viel logischer, als dass da einfach der Kapitän ein bisschen bekloppt gewesen ist oder halt einen Fehler gemacht hat. Also ich glaube, das ist wahrscheinlicher, dass da ganz viele Kinder an Bord geschmuggelt wurden. Da gab es ja auch noch irgendwie eine Meldung dazu, dass irgendwie die einzige weibliche Schiffskapitänin in Ägypten geblamed wurde für dieses Versagen, obwohl sie damit überhaupt nichts zu tun hatte. Die war irgendwie 200 Meilen entfernt und Ägypten meinte, das muss ja die Frau gewesen sein. Naja. Die war eine große Ablenkung für den richtigen Lenker. Da hat die gesehen irgendwo auf dem Schiff und hat dann diesen Penis da manövriert in die GPS-Karte und ist quasi als Brunstschrei, als Brunstaktion und ist danach vor diese Kante gefahren. Alter, ich habe vergessen, ich hatte ja noch eine zweite Japan-Sache. Moment, das muss ich noch kurz einschieben, denn die Überschrift war sehr, sehr witzig. Japan says sorry, but it has to dump the Fukushima radioactive water into the ocean. Was? Japan entschuldigt sich schon mal. Es tut mir leid, aber ich muss radioaktives Wasser in die Özeigen. Das ist ein bisschen wie bei South Park mit BP. Kennt ihr das noch? Ja, ja. Wo der Typ auf dem Teppich liegt und sagt, we are sorry. Ja, aber man muss dazu sagen, es ist halt über einen Zeitraum von 30 Jahren irgendwie geplant. Jetzt muss ich niesen. Entschuldigung, ein bisschen Radioaktivität jetzt. Ups. Ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall meine Überschrift der Woche gewesen. Japan says sorry. Man kann Japan einfach nicht böse sein. Das stimmt. Ich meine, sie haben sich vorher schon entschuldigt. Normalerweise entschuldigt man sich ja hinterher. Hätte auch Hitler tun sollen damals. Ja, Leute. Germany says sorry. But it has to invade Poland now. Wir haben jetzt so ein paar Kriegsverbrechen gemacht, aber Entschuldigung. Ist okay, sie waren ja über 30 Jahre verteilt. Wir kommen tausend Jahre, wäre etwas schwierig. Großartig. Wo wir gerade von minder bemittelt denkenden Menschen reden. Habt ihr das von Neuralink? Hier ist unser Gast. Was? Hier ist unser Gast. Neuralink. Neuralink. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Da gab es ein virales Video. Gestern kam das, glaube ich, erst oder vorgestern. Von einem Affen. Also gar nicht so weit weg von Imp. Nein, es ist ein Affe, der Mindpong spielt. Was? Die haben also Neuralink, das ist irgendwie so eine ... Ja, die versuchen halt, mit Chips im Kopf zu ermöglichen, dass Leute, die zum Beispiel gelähmt sind, durch ihre Gedanken Dinge steuern können. Einen Affenkörper kriegen. Genau. Das müsste doch eigentlich gehen. Oder dass du das Gehirn von ... Wenn jetzt zum Beispiel Tino gelähmt wird, kannst du doch bestimmt das Gehirn von ihm runterladen. Und dann nimmst du so einen frischen Affen in seinen besten Jahren und lädst da einfach Tinos Gedanken rein. Und dann ist Tino ja quasi dieser Affe und hat aber diesen krassen Affenkörper. Und Schimpansen sind unglaublich stark. Also ich möchte das hier nochmal betonen, weil wir ja ein Podcast sind. How insanely strong chimpanzees are. Oh my God. Jedenfalls dann hätte er halt diesen, zwar recht kleinen, aber doch sehr starken Affenkörper mit geilen Features, wie zum Beispiel Füßen, wo du noch so einen Daumen dran hast, damit man sich festhalten kann. Und man kann halt Sachen auseinanderreißen, weil man ein unglaublich starker Schimpanse ist. Ja. Das müsste ja eigentlich gehen, oder? Also so ein Schimpansengehirn ist ja vielleicht biologisch in der Lage, so Menschengedanken da reinzukriegen und dann zu funktionieren, oder nicht? Und ich kann endlich wieder Bananen essen. Bin ja allergisch auf Bananen. Ja, als Affe wär das ganz schön scheiße, ne? Das stimmt wohl. Da bin ich ja nicht mehr da. Da bin ich ja ein Affe. Ja, wär geil, oder? Fändst du gut? Ein Bonobo oder so? Ja, will ich haben, bitte. Ich glaub, ein Bonobo, das würde ganz gut zu dir passen, oder? Ey, gut, dass du das nochmal ansprichst mit den Schimpansen. Wir hatten das nämlich auch vor zwei, drei Wochen. Und mir ist der Name nicht eingefallen. Es gab den Schimpansen Travis. Das könnt ihr jetzt gerne mal googeln. Travis, der Schimpanse. Der hat nämlich eine Frau richtig hart zermatscht, Alter. Also, das ist schon sehr gory, muss ich sagen. Also, es ist nicht blutig, aber sie ist halt wirklich, sie hat einfach fucking kein Gesicht mehr. Okay. Um einfach nochmal zu untermauern, was Imp gesagt hat. Schimpansen sind fucking Tötungsmaschinen. Ja, die sind unglaublich stark und die sind auch, die können auch sehr brutal werden, wenn die dich nicht mögen, ne? Also, die machen dich richtig kaputt. Oh, die arme Frau, die sieht ja furchtbar aus. Ja, das ist richtig krass. Das ist so eine ganz berühmte Story und sie konnte aber so ein bisschen wieder rekonstruiert werden durch eine richtig krasse Gesichtsoperation. Ich hab mich noch was gefragt, wo ich gerade über Bonobos geredet habe. Meint ihr, wenn man Tinos Kopf jetzt aussaugen und in diesen Schimpansenkörper machen würde? Was man ja vielleicht in der Zukunft irgendwann kann, ne? Bonobos bumsen ja die ganze Zeit. Meinst du, wenn dein Geist im jetzigen Zustand in so einem Schimpansenkörper ist, dann stehst du auch auf Schimpansen oder stehst du weiter auf das wie vorher und findest halt Menschen geil, weil du könntest, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, Sex mit einem Affen zu haben, aber wenn du selber ein Affe bist, wäre das ja eigentlich, wäre das ja keine Zophilie mehr. Aber wenn dein Menschengeist in diesem Affenkörper ist und du einen Affen fickst, wäre das dann, wäre ja eigentlich dann besser, als wenn du in deinem Affenkörper einen Menschen fickst, oder? Dachte ich jetzt nur. Weil dann zwingst du ja auch einen Menschen dazu, Sex mit einem Affen zu haben, oder? Was bist du dann überhaupt? Bist du dann ein Mensch oder ein Affe? Mir tut der Kopf gerade weh. Tino, das ist eine Grundsatzfrage gerade. Bist du Mensch oder Affe? Das kann ich gerade nicht so genau sagen. Also ich habe auf jeden Fall manchmal ein Monkey Brain, aber ich kann mir das auch mit Affen nicht vorstellen. Nee, das wäre nämlich komisch, ne? Die sind zwar von den ganzen Tierarten her am nächsten dran, von den Menschen, aber dennoch, äh, nee. Also aktuell bin ich nicht so auf Affen ausgerichtet. Ja, aber ich meine, wenn du einen Affenkörper hättest, würdest du es dann zumindest in Erwägung ziehen oder würdest du weiter auf Menschen stehen? Ah, ich würde einfach alles, alles bumsen, was mir in die Quere kommt, also wie immer. Nice. Ja gut, dann ist ja eigentlich, äh, Tino fickt nächste Woche einen Affen, live im Brennpunkt. Ihr könnt auf jeden Fall auch mal Hairless Chimpanzee googeln, also ein Schimpanse ohne Haare, da sieht man, was für ein fucking Muskelpaket das Ding ist. Also es sind schon echt fucking Waffen. Es gibt ja angeblich auch so Affenpuffs, irgendwo, äh, am anderen Ende der Welt, ne. Aber du musst du, glaub ich, auch dann irgendwie fesseln, weil die halt übelstark sind. Mhm. Aber von Natur aus, oder machen die auch irgendwelche, ähm, Alpha, ähm, Themen durch und machen dann irgendwelche, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, du, äh, du denkst zu, äh, Innocent, ja, äh, unschuldig, Tino. Ich hab das auch schon gehört, dass in irgendeinem Thailand oder so, so illegale Puffs sind, wo halt Menschen sich an Affen vergnügen können. Nee, ich meine jetzt, warum Affen so stark aussehen, auch die auch trainieren gehen, ins Fitnessstudio zu McFit. Ach so. Ich glaub, die so geboren werden mit diesen tollen Muskeln. Das liegt an der veganen Ernährung. Die machen das von Kindesalter an und deswegen sind die so krass. Ja, doch. Ich denke, da hast du, da hast du recht. Geheimwissen, Leute, Geheimwissen. Alter, what the fuck, was hat der denn für Ho denn? Dicke Eier, Alter. Holy shit, nee, warte, ich hab noch ein Bild. Wusstet ihr, dass Gorillas richtig winzige Pimmel haben? Gorillas sind ja so übel krasse, große Muskeltypen, aber die Schwänze sind einfach, einfach nix quasi. Aber beim Schimpansen, der ist zwar auch noch stark, aber ein bisschen weniger, aber der hat dafür ordentlich dicke Eier. Auf dem Bild auch gehen, ne? Richtig fette Eier, aber ein Mini-Penis. Hm. Na, vielleicht ist der ja nur eingezogen. Beschäftigt euch mal mit dem Thema, Leute. Ja, das brauche ich auch in meinem Suchverlauf jetzt. Gorilla-Penis. Haben Gorillas auch Blut- und Fleisch-Penisse? Bestimmt. Bananen-Penisse. Aber gut, dass wir so viel jetzt darüber geredet haben. Also in dem Video geht es eigentlich darum, dass es ein krasser wissenschaftlicher Fortschritt ist. Die haben dem halt so ein Ding eingesetzt und der saugt die ganze Zeit irgendeine Bananenpaste, spielt dabei Pong und hat so einen Controller in der Hand. Und dann haben sie quasi die Signale, die elektrischen Signale, die das Gehirn in dem Moment sendet, aufgenommen und haben dann ihm diese zugespielt ohne Controller, sodass er quasi mit diesen Signalen, mit seinen Gedanken, Pong spielt. Also es ist schon echt insane. Das geht gerade sehr viral. Monkey-Pong. Wie ist das denn? Monkey-Pong. Der für alles und alle finden den geil. Aber wenn der jetzt so Tierversuche zu verantworten hat, finden den Leute trotzdem weiterhin geil? Oder gibt es jetzt so ein bisschen ein Cancel-Movement, dass der böse Elon Tierversuche macht? Man könnte ja auch einen Menschen da hinsetzen. So irgendwie der nahe ein Schimpansen dran ist und die an Banane oder so vielleicht. Der ist reich. Der ist reich und sympathisch. Ja, man hätte auch Schlagersänger nehmen können. Ich weiß nicht, ob Schlagersänger in der Lage wären, mit ihren Gedanken überhaupt Pong zu spielen. Hm. Kann man ja mal ausprobieren. Ja. Das trifft mich als Schlager-Fan sehr hart. Ich finde, man sollte Attila nehmen. Also so Mikrochips und Gehirn, das klingt nach seinem Thema. Da hat er bestimmt Bock drauf. Ich glaube, der macht das freiwillig mit, oder? Wahrscheinlich. Es ist ja auch nicht von Bill Gates. Meint ihr, Attila kann dann mit seinen Gedanken, ohne den Mund aufzumachen, nochmal den Holocaust leugnen? Oder braucht er dafür seine Stimmbänder? Und Affen sind nicht straffähig. Die könnten das machen. Ja. Ich glaube, wir haben gerade einen Loophole entdeckt. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die ihren Tieren irgendwie so einen Hitlergruß beibringen oder so. Ich glaube, Attila, der wird sich so einen Affen holen, der dann für ihn spricht. Was wäre denn, wenn man echt mit Neuralink einfach Attilas Gedanken und seine Stimmbänder in diesen Affenkörper macht und der macht weiter, was er jetzt macht? Der kann es ja dann, der muss ja gar nicht in die Türkei flüchten. Der kann einfach auf dem öffentlichen Platz als Schimpanse, kann ein Mikro in die Hand nehmen und kann die Sachen brüllen, die er jetzt so brüllt, also jetzt vor einer Weile und die können den gar nicht verhaften dafür. Aber ein Affe wiederum kann halt eingeschläfert werden, ne? Naja gut, aber wahrscheinlich nicht für irgendwie Volksverhetzung, oder? Weiß ich nicht. Aber das wäre ja echt witzig, so ein Papagei oder so ein Wellensittich, der dann irgendwie sagt, die Juden, die Juden. Und so umgehst du einfach geschickt das Gesetz ausgetrippelt. Es ist doch übelst geil. Ja und der Idiot ist da mit irgendwelchen Schäferhunden unterwegs oder so Wolfshunde oder so, hätte er sich mal einen Papagei geholt. Es wäre so viel einfacher für ihn. Nice. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben. Tino, hattest du nicht noch irgendwie gesagt eine ganz große Sache? Hast du? Eigentlich nicht. Ich habe eine, die dich erfreuen wird. Ein Thema von Sprachwissenschaftlern, die einen neuen Vorschlag haben zum Thema Gendern. Nämlich, dass man statt Ärztinnen sagt Ärztis und statt Lehrerinnen Leri. Leri. Das finde ich gut. Leri. Leri. Richtig Lerys. Ich habe nur Lerys an der Schule, doch. Klingt nach meiner Schulzeit. Warte mal, man sagt Ärztis, Ärztis mit einem S am Ende und bei Lehrern sagt man Leri ohne S, oder was? Das stand in der Liste so da, ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Das ist doch dumm, warum macht man nicht die gleiche Grammatik? Damit es lustiger ist? Ja, okay, das ist ein guter Grund, ja. Ich meine, deutsche Sprache ist ja eh unsinnig kompliziert, wo man einfach drei Artikel hat mit einer Begründung, warum man welchen hat und dann werden die aber doch einfach geschaffelt und man sagt, ja, wir nehmen mal den, also das ist ja auch schon gut, wenn man dann die Sprache revolutioniert, dann muss die auch noch weiterhin total irrational bleiben. Genau. Ja. Ja, ähm, Tino, wie wäre es, ganz kontrovers, Lehrer. Ich will, ich will, ich will Leri. Na gut. Ich habe kürzlich erfahren, dass es das Pronomen E gibt. Nur ein Buchstabe, nur E. Okay. Ich möchte das bitte jetzt auch, ab jetzt, dass sie mich so nennen. Da sagt man dann E-Imp oder was? Nee, äh. Das geht ja übelst scheiße. Nein, 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 das sagt man ja nicht vor dem Namen, man sagt, äh, Äh, Imp ist cool, E ist der Beste. Ach so. Statt dann, du nimmst das R einfach vom, also den zweiten Buchstaben vom R einfach weg. Und man kann, auf Englisch kann man halt auch I, kann man sagen, das kann man auch so geil betonen dann. Hm. I. I. I, ey, Sports. Ja, das war ja eh mal, aus irgendeinem Grund war das ja mal ein Meme einfach, der Buchstabe E. Und, äh, das ist, ich hätte gerne ein Meme als Pronomen. Okay. Kannste haben, schenke ich dir. Gut, E. So machen wir das. Okay. Ich hab hier noch was, Tino, wenn du sonst nichts hast. Ne, ziemlich witzige Sachen. Aber, äh, mach, fahr fort. Es gab eine Pressekonferenz von Boris Johnson, wobei ich nicht weiß, ob das vielleicht immer jetzt so ist. Auf jeden Fall haben die, wie auch wir, ne, wenn, wenn der Merkel kommt, ihre Raute macht und dann zu vorn der Wand steht und erzählt. So gibt's das auch von Boris Johnson. Und, äh, im Hintergrund ist halt ein riesiger Blue Screen, was es sehr, sehr leicht macht, da Memes einzufügen. Oh, ja. Das heißt, jetzt gab's diese Konferenz und die Leute haben dahinten ganz, ganz viel eingefügt. Das war sehr, sehr schön. Da hab ich mich gefreut. Das war so ein kleines, unschuldiges Ding, weißt du. Das hat mir gefallen. Also die beiden ersten Regeln, wenn du eine bekannte Person im Internet bist, niemals vor einem Green oder Blue Screen stehen und da nix einblenden und niemals ein Schild in die Kamera halten. Ja. Stimmt. Definitiv. Danger Dan seh ich hier gerade. Der ist jetzt irgendwie beim Neo Magazin gewesen. Ne, wie heißt das jetzt? Mir scheißegal, wie's heißt. ZDF Magazin, glaub ich, ne? Ja. Kaum hat er seinen viralen Hit rausgehauen. Da wollen alle wieder, ne? Das ist so. Eieiei. Weil der Böhmermann dann sagt, oh, das ist ja sowas wie mit diesem Erdogan nur besser formuliert und lyrisch auf einem höheren Niveau. Den lade ich ein. Das kann ich mir zu eigen machen. Echt so. Aber wie gesagt, Tino, gutes Video. Ich hab mir das angeguckt. Ich kannte es ja letzte Woche noch nicht. Ist eine solide Empfehlung. Kann man nochmal machen. Aber du halt gleich wieder, es war klar, dass dir das gefällt. Wenn es dann am Ende um Militanz geht, ja? Da bist du wieder dabei. Nein, weil es um so Grenzen von Meinungsfreiheit geht und so ein bisschen, dass es ja Kunstfreiheit gibt und Meinungsfreiheit und so weiter. Gibt's nicht mehr. Das hat mich eher gecatcht. Gibt's nicht mehr. Attila hat das ausprobiert, gibt's nicht mehr. Ist so eine schlechte Diktatur. Ich hab jetzt wieder gesehen, dass Putin seine Macht ausbreiten will bis 2036. Ja, ist doch cool. Und Merkel tritt bald ab, weißt du? Der hat wenigstens einen Langzeitplan im Vergleich zur Bundesregierung. Stimmt. Aber apropos Meinungsfreiheit und Diktatur, das bekannte Jana aus Kassel-Video. Ich hab erst kürzlich erfahren, dass sie noch ein zweites Mal auf die Bühne ist. Wusstet ihr das? Ja, am selben Tag. Ja, ja, man kennt ja nur diesen ersten Ausschnitt. Aber 20 Minuten später ist sie auf die Bühne gekommen, um sich zu entschuldigen. Aber nicht für die Aussagen, sondern dafür, dass sie runtergegangen ist. Und dann hat sie gesagt, ich mach das jetzt nochmal. Ich fühl mich schon immer noch so. Ist halt echt krass. Sie hat halt den Backlash vom Internet noch nicht gespürt und dachte, ja, das ist jetzt nicht weiter wild. So der eine komische Sicherheitsmann. Passant hat sie ihn genannt. Passant, ja, stimmt. Irgend so ein Passant hat sie einfach beleidigt, meinte sie. Die Arme. Aber das war auf jeden Fall eines der Highlights 2020. Ja. Ja, auf jeden Fall. Geil. Es gab noch ein kleines Highlight von einer Querdenker-Demo, was mir zugeschickt worden ist. Es gab wohl eine Rede von einem Querdenker, der hat dann gesagt zum Abschluss, egal ob ihr jetzt zu Hause geht, eure Partner verprügelt, Kinderpornos guckt oder Hakenkreuz an die Wand malt, es ist mir Schnuppe. Hm. Nach dem Motto, Hauptsache, wir stehen gemeinsam gegen die Bundesregierung. Das ist sehr, sehr gut. Cool. Also Kinder, Schwänder, Nazis, alle willkommen. Hauptsache, wir haben eine Mission. Ja, ich habe das übliche Problem. Zwei streiten sich und ich finde eigentlich beide Seiten gar nicht mal so gut. Ja. Dann hast du da in der Regierung halt dieses aktuelle CDU-Gruselkabinett, wo du eigentlich gar keinen Minister irgendwie kompetent oder sympathisch findest und ja, die Gegnerseite sind dann halt gerade Björn Banano und Captain Future, die da Polonaise tanzen und da denkst du ja, das ist aber auch nicht so ganz meine Seite. Wo sind denn jetzt meine Leute? Ja. Und ich merke auch, es kippt tatsächlich jetzt gerade die Stimmung auch bei so linksgerichteten Leuten, die lange noch versucht haben, Maßnahmen zu verteidigen und die Bundesregierung, es kippt auch von links inzwischen sehr stark, dass man die Bundesregierung und das Kabinett sehr stark kritisiert und dagegen vorgeht, ja. Gegen was man auch vorgeht, ist Ghislaine Maxwell. Ich möchte die, Believe All Women, die hat nichts falsch gemacht. Ja, Tino, weißt du, wer das ist? Die Ehefrau von Jeffrey Epstein? Du erinnerst dich an die Story vielleicht? Die quasi auch in diesem, in diesem Pädoring mutmaßlich dabei war. Angeblich, ne? Die, pass auf, Tino, dann kannst du ja mal raten, also da ist jetzt gerade der Prozess am Laufen und es gibt jetzt ein paar Seiten von, na, Evidence. Beweise. Beweise, genau. Ich war in Japan, ich spreche Englisch. Was meinst du, wie viele Seiten von Beweisen es gegen sie gerade gibt? Äh, zwei. Fast. Fünf. Tausend. 2.000. Es sind drei Millionen. Hä? Wer schreibt denn so viel? Ohne Spaß. Könnt ihr bitte mal mit eurem Victim-Blaming auffören? Ich glaube, sie ist eindeutig Opfer ihrer Umstände und Opfer von diesem schlimmen Jeffrey und sie hat selber überhaupt nichts gemacht, ja? Believe all women, Frauen machen sowas nicht. Wo kommen all die Seiten her? Ja, was? Ja, das wären halt alles irgendwelche Dokumente halt sein, die auf irgendwelchen Computern, das ist ja ein richtig krasses Netzwerk gewesen, so weißt du. Ich frage mich halt, wie fängst du denn an, sowas zu lesen? Das musst du ja wahrscheinlich dann auch irgendwie einscannen in eine Datenbank und dann nach irgendwelchen Wörtern durchsuchen oder so. Kennt ihr das, wenn ihr ein Schimpansen an eine Schreibmaschine setzt und dann den Faktor Unendlichkeit hinzufügt, dass dann irgendwann da auch stehen wird, Jelaine Maxwell ist schuldig und sie war das auf jeden Fall. Ja. Ja, wie war das, dass der dann irgendwie Faust schreibt irgendwann? Ja, also wenn du Unendlichkeit dazu nimmst. In der Theorie, aber nicht in der Praxis. Aber ja, kennt man. Außer wenn der Affe Nuralink dran hat und Elon Musk dem einfach Faust direkt ins Gehirn diktiert. Na, dann kann der das doch abschreiben. Und Plottwist, der Affe war ich. Mhm. Geil. Ich hab noch eine Sache, wenn wir grad eh bei dem kleinen Pädotrupp sind, der gute Trump war da ja auch vermeintlich mit drin, man weiß es nicht. Also gegen ihn gab's ja auch ganz viele Vorwürfe der Vergewaltigung. Ich hab ja auch letzte Woche noch den Matt Gaetz angesprochen. Also der ist gerade richtig tief in Scheiße. Der wird wahrscheinlich, das ist so ein republikanischer Kongressmann. Ah. Einer der dümmsten, die ich je gesehen habe. Aber der hat nichts mit Bild zu tun, oder? Mit Bild? Ach, nee. Mit Bill Gates. Weil der war ja auch beschuldigt, irgendwie mit Epstein was zu tun gehabt zu haben. Also der wird auch anders geschrieben. Okay. Okay. Aber eigentlich wollte ich nur über Trump sprechen. Der hat nämlich noch so den letzten großen Scam gemacht. Ach, das fand ich sehr witzig. Ist kreativ. Am Ende seiner Präsidentschaftskarriere hat er noch mal gebeten für quasi so Fundraising für seine Kampagne. Aber im Kleingedruckten stand drin, dass irgendwie alles bis zu 5000 pro Spende erstmal in seine Schulden reingeht und alles darüber wird nur in die Kampagne gepumpt. da hat jetzt da hat einer der wirklich sein letztes Hemd der hat irgendwie der hat Krebs und hat kaum Geld gehabt. Der hat seine letzten 500 Dollar da reingesteckt. Aber wenn du das machst ist das das Default Setting auf wöchentliche Wiederholung. Und der hat dann ohne es zu wissen hat er dann sechs Wochen lang 500 Dollar dahin geschickt und hat das dann hinterher erst erfahren. Und der hat aber sechs Wochen lang hat er nicht in seinen Kontoauszug geguckt oder in seinen Online-Banking. Scheinbar nicht oder er hat sich gecheckt oder er war im Krankenhaus. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Scam. Das ist immer wie diese Rentnerfalle die im Fernsehen kommt. Der arglose Rentner hat einfach irgendwie sechsmal hintereinander jede Woche Geld bezahlt und ist danach erst gemerkt. Und dieser schlimme Abzocker. Ich frage mich halt immer wie die Leute so blöd sind. Also ich will jetzt auch kein Victim-Blaming machen. Aber meine Güte da gibt es immer wieder irgendwelche Leute und dann sagt man ja die haben irgendwie eine Reinigungsfirma geholt. Die hat dann gesagt sie geben uns jetzt 25.000 Euro dafür und der arglose Rentner sagt ja gut wenn das branchenüblich ist hier haben sie das. Also das ist immer wieder so richtig weird. Ja. Aber das kenne ich auch von Google tatsächlich. Ich habe mal vor weiß nicht zwei Jahren oder so auch eine Google-Anzeige gemacht für ein YouTube-Video und hatte eigentlich eingestellt einmalig 40 Euro zu bewerben. Aber irgendwie haben die jede Woche 40 Euro dazu genommen und ich musste am Ende irgendwie 100 irgendwas Euro zahlen weil ich es erst nach Tag oder Wochen gemerkt habe dass es ein Dauerauftrag war. Ich dachte du wolltest bei Google-Anzeigen so eine Anzeige dafür schalten dass man deine Kampagne unterstützen kann und dass bis 5000 Euro du das einfach behältst. Das merke ich mir auf jeden Fall ja von meinem kommenden Wahlkampf im September Hat denn der Rentner dafür wenigstens 1000 Euro und eine Xbox bekommen? Alter ich finde das so geil dass dieses Meme niemals sterben wird das ist ja jetzt über 10 Jahre her glaube ich Ja aber der fängt ja fleißig weiter der hat ja jetzt einige Webseiten gleichzeitig am Laufen wo er die Leute auch anderweitig abzieht Alter ja Simon Desue um den geht es übrigens für Leute die es nicht wissen da gab es ja irgendwie was dass der so erfolgreiche Coachings irgendwie verkauft hat und dann hieß es du musst 14 Uhr auf meinem Twitch-Kanal sein und dann lief halt einfach ein VOD in der Wiederholung und er spricht aber so mit den Leuten als wäre es gerade live War das bei Twitch? Ich dachte bei seiner Seite der hat so eigene Homepages auch noch Vielleicht war es bei einer eigenen Seite aber Du kannst in die Instagram ja okay Ja Es war auf jeden Fall so dass er so getan hat als wäre es live verarscht halt die Leute Dabei ist es einfach eine Aufzeichnung Ja geil Es gab diese Instagram-University die irgendwie 7 Euro im Monat kostet aber wenn du einen Freund geworben hast dann kriegst du dafür 3,50 Euro und das ist halt so ein riesen Schneewaldsystem wo er halt jedes Mal die Hälfte abbekommt und er hat das wirklich verkauft als einen legiten Weg Geld zu verdienen weil wenn du 5 Freunde wirbst dann zahlen die dann zahlen die dir halt quasi deine University aber sobald du mindestens 2 gefunden hast ab danach da rechnet sich das dann und dann dann kriegst du da sogar Einkommen durch dass du Leute in diese Abo-Falle reingeloggt hast Geil Cool Einfach ein geiles Geschäftsmodell Auf jeden Als Simon Desu der hat glaube ich in seinem Leben nicht ein was gemacht von dem ich sage das ist respektabel Es ist echt Doch ich habe mal ein Video das ist schon ewig her da ist er von irgendeiner Hafenkante auf so ein Boot gesprungen das fand ich cool Okay Na gut Ich fand das cool dass er sich hat anzeigen lassen dafür dass er versucht hat mit Falschgeld im Laden zu bezahlen was eigentlich doch kein Falschgeld war aber er hat so getan als wäre es solches weswegen er eine Polizeidurchsuchung bei sich hatte das ist auf jeden Fall schon eine coole Aktion gewesen Ja Deswegen ist er ja nach Dubai laut seiner Aussage Ja weil der deutsche Staat ihn einfach immer so gemein angreift da kann man ja nicht mal Straftaten begehen ohne dass die Polizei vorbeikommt Ja In Dubai geht das ne Er kann ja machen was er will also fast Oh stimmt der ist ja mit diesem SchülerVZ unnötig scheiße groß geworden da könnt ihr mal sehen wie alt das alles ist alter SchülerVZ Hammer Kruscheln Okay SchülerVZ war geil damals ich wurde zwar öfter mal gelöscht aber hat Spaß gemacht Ja Geil Ich hatte damals die größte Elvis Presley Fangruppe auf SchülerVZ Oha Tino Ja Ein Achievement Auf SchülerVZ gibt es Elvis Fans ja Ja viele Viele Mit drei Es waren drei Leute Ja es waren drei Leute Ne wenn du Elvis eingetippt hast bei der Gruppensuche und danach sortieren nach Größe war meine die größte Geil Ja Wie viele waren Ich verneige mich Bis zum Schluss Wie viele Mitglieder waren es denn Ich glaube es waren echt so fünfstellig irgendwas Ich weiß es nicht mehr genau Ja Irgendwie 20.000 oder so Also war echt viel Bist du immer noch Elvis Fan Naja Ich war jetzt nie der größte Elvis Fan Oh Tino Aber die größte Gruppe Du hast sie nur benutzt Ich hatte halt so eine Phase wo ich Elvis gehört habe ganz viel weil ich so eine Best-of geschenkt bekommen habe zu Ostern oder so mit meinem Opa und habe dann so eine Gruppe aufgemacht dann ist sie halt groß geworden keine Ahnung Meine Falko Fan Gruppe war viel kleiner die hatte nur 2000 oder so Hm Da hast du ja Elvis quasi ausgenutzt so wie er die dunkelhäutigen Musiker ausgenutzt hat von denen er seine Musik geklaut hat dieses Schwein Ich habe Elvis groß gemacht in Deutschland Ja warum? Weil er so klein war Ja aber das ist ein Schwein gewesen den soll man nicht groß machen habe ich gehört also Ja er war persönlich auch wohl nicht so cool er muss wohl auch sexistische Sprüche gebracht haben Angeblich war er sexistisch in den 60ern Ja ich wollte gerade sagen in den 60ern hat jeder sexistische Sprüche gebracht Er war auch so dass er auch Fragen geantwortet hat wie zum Beispiel wo Frauen hingehören da meinte er wohl auch ja die können in die Küche und so also er war auch jetzt kein progressiver cooler Typ Die Frauen wollten damals auch in die Küche gehören So wie Martin Luther vielleicht der soll auch sowas gesagt haben habe ich gehört Konsequenzen für Martin Luther Jetzt Geil Ja ich habe noch die letzte Sache hier die relativ groß ist und zwar geht es da wieder um Russland weil ich habe das nicht ganz so mitbekommen irgendwie Alexei Nawalny ist irgendwie von fünf von fünf Gefängnissen hin und her gewandert und ist jetzt irgendwie im Gefängnissystem irgendwie verschollen so genau weiß man das nicht und irgendwie war er dann in einem Gefängniskrankenhaus wegen einer Krankheit die er irgendwie nicht hat und Putin hat gleichzeitig hunderttausend Truppen an die Grenze zur Ukraine transportiert das ist gestern passiert Ich will jetzt auf jeden Fall im Vorfeld schon mal sagen Nawalny didn't kill himself Ja Mark my words Und Ghislaine Maxwell also not Ja Ja geil Wir sind schon wieder hier am Ende Tino Wir sind schon wieder bei 56 Minuten Ich habe noch ein Thema Na dann hau noch raus Ich will eine Überleitung machen zu etwas was ich ungefähr nach zehn Minuten in diesem Podcast gesagt habe mit dem DMX-Meme wo bei Leuten mit Paint das Gesicht schwarz gemalt wird jemand anders der sich das Gesicht schwarz gemalt wird im Bayerischen Rundfunk habt ihr vielleicht letzte Woche schon drüber gesprochen ist schon ein bisschen länger her weiß ich nicht habt ihr es mitbekommen war das im letzten Brennpunkt ich habe den nicht angehört Ne wüsste ich gerade nicht oder Ach habt ihr nicht mitgekriegt in einer bayerischen Satiresendung hat oh ich fuck ich habe seinen Namen jetzt wieder vergessen Am grünen Donnerstag war das wohl da hat jemand gesagt wie wäre das denn wenn Franz Josef Strauß bei einem seiner Afrika-Besuche einen Sohn gezeugt hätte und dann war da halt ein Schnitt zu dem gleichen Komiker mit einem schwarz angemalten Gesicht wie er in einer Mischung aus Deutsch und Englisch und bayerischen Klischees gesagt hat ja ich bin hier in Afrika aber mein Vater ist Franz Josef Strauß Weißwurst bla bla aber es war halt ein riesen Eklat weil Blackfacing im Fernsehen kann man ja nicht machen Uff also ich habe das Segment nicht gesehen da kann ich jetzt keine Meinung zu bilden aber also ich habe es gesehen ich fand es nicht sonderlich lustig ja keine Ahnung was es soll also es wird sich jetzt riesig darüber aufgeregt es wurde mir auch zugeschickt aber ich habe es mir nicht angesehen weil ich es nicht so spannend fand aber ja es war ein großes Ding tatsächlich habe ich auch mitbekommen also ich würde es auch nicht machen aber wie ist eure Meinung zu Blackfacing findet ihr man sollte einen Unterschied machen ob du eine reale Person parodierst oder ob du dir einen Stereotypen Schwarzen ausdenkst um dich über die lustig zu machen ja schon also wir haben da auch schon mal hier drüber gesprochen das Ding ist äh also es geht ja darum dass Blackfacing eine Vergangenheit hat ja die und da habe ich auch schon gesagt ursprünglich war es ja jetzt vielleicht dafür um Leute zu dissen aber eigentlich vielleicht auch nicht nur also Blackfacing war vielleicht auch also natürlich ist es übelst makaber weil sie sich geblackfaced haben weil halt Schwarze nicht auf die Bühne durften zum Beispiel so was halt nicht cool ist aber es war nicht die ursprüngliche Intention sich schwarz anzumalen um die irgendwie zu verspotten aber natürlich wurde es stereotypisch sich angemalt so mit großen Lippen und sowas ähm ich glaube unser unser Ding war also ich habe nichts dagegen wenn Schwarze sich weiß anmalen wenn man jetzt zum Beispiel ein Cosplay macht ja und ein Schwarzer als ein weißer Son Goku geht das kann er doch gerne machen so das ist mir egal und wenn ich aber dann da war das Beispiel Mr. Popo ich weiß nicht ob du Dragon Ball kennst oder ob du das geguckt hast so da gibt es halt Mr. Popo der ist halt selber sehr stereotypisch dargestellt aber ich als Kind fand den halt einfach geil und hab da nicht gesehen oh guck mal das ist ein Schwarzer der irgendwie lustig stereotypisch wie ein Schwarzer aussieht und hätte ich den gemacht so dann hätte ich den ja gemacht weil ich den cool finde deswegen finde ich schon wenn du da eine spezielle Person darstellst aber es ist natürlich sehr hart Einzelfallbetrachtung finde ich ich hab mich mal an Fasching ähm ich weiß nicht ob ich da auch geblackfaced wurde ich glaube nicht aber ich kann mich auch irren aber das äh wenn ich das jetzt sage dann klingt es irgendwie unfreiwillig rassistisch weil ich hab mich mal als Kind als Diddy Kong verkleidet an Fasching weil ich äh großer Nintendo Fan war und ich glaube ich hatte nicht nur so einen braunen Anzug sondern auch ein braunes Gesicht aber ähm das ist ja eigentlich kein Blackfacing wenn du dich als Affe verkleidest das äh ich will diesen Vorwurf von mir weisen ich hab mich zwar glaube ich ich hab mich glaube ich dunkler gemacht aber ne es ist ich wollte nicht äh mich als dunkelhäutiger Mensch sondern als Affe verkleiden und ich will auch nicht das war Apefacing ich will nicht dass da irgendeine Korrelation zwischen Schwarzen und Affen gezogen wird das wollte ich hier nicht äh und wenn doch Satire ich darf das also eben das war ganz klar Apefacing und ich als zukünftiger Affe fühle mich davon sehr verletzt warte mal wenn ich mich als wenn ich mich Apeface und das auch Blackfacing ist in dem Fall ist das dann ein Apecrime ja krass was für ein Witz also wenn ihr ein Bild davon sehen wollt hier das ist Helmut Schleich heißt der wohl der ist auch schon ein bisschen älter der Mann also das sieht natürlich auf dem Screenshot schon mal so aus wie meine Güte was macht der Mann da ähm ja keine Ahnung ähm ob man das jetzt machen muss oder nicht ja ich weiß nicht ich verstehe die Prämisse auch schon nicht so ganz ja ich auch nicht so ganz also die der Kontext war wohl dass ähm Franz Josef Strauß damals öfter mal in Afrika gewesen ist und ähm der Helmut Schleich meint ha 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 Franz Josef Strauß schnachsel schnachsel auf seiner großen Tour vielleicht ist da ja ein Kind entstanden und der ist dann halb Franz Josef Strauß und halb äh Südafrikaner oder sowas und äh witzig witzig weil der mischt dann ja diese Kulturen dass er irgendwie ein Bayer ist aber auch so ein afrikanischer Warlord oder sowas und ja ich fand's jetzt äh humoristisch fand ich's nicht besonders lustig ich hab nicht ein einziges Mal gelacht aber manche Leute finden das vielleicht witzig dass er da diese Uniform hat und da sind Palmen und dann sagt er aber trotzdem haha weiß wurscht und ähm da kann man vielleicht dann herzhaft drüber lachen ich jetzt nicht es ist halt schon sehr billig sag ich mal ja ja geil wenn ich Helmut Schleich eingebe kommt direkt Helmut Schleich schwarz ich hätt den Beitrag halt gern mal gesehen aber ich find den nicht ich find auch nur Bilder da steht ja auch was ist muss aus Bequemlichkeit ich hab den irgendwo gefunden also den gibt es auf jeden Fall den kann ich dir den kann ich dir schicken den findet man okay ich glaub ich hab hier so ein Twitter Video aber das guck ich mir dann in Ruhe an wir sind nämlich am Ende wir müssen jetzt die Woche noch bewerten von 1 bis 10 ei 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 Tino wir haben viele Tode hier 2 ja und auch sonst also ich fand das ging schon klar was sagst du denn ob die Queen jemals den Tod von DMX überwinden wird werden wir nicht erfahren aber es war auf jeden Fall etwas eine Meldung wo ich echt von 10 Leuten wieder Sprachnachrichten bekommen habe oh Prinz Philip ist tot und äh müsst ihr den Podcast reinnehmen und so weiter und ähm es ist auf jeden Fall in der zweiten Hälfte so über 5 mhm auf jeden Fall es ist aber für mich jetzt auch keine 9 oder so ne 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 das nicht also wenn die Queen gestorben wäre okay aber es war halt nur Prinz Philip ja komm scheiß auf Prinz Philip der war eh zu alt Halbwertszeit überschritten ja also das Neuralink ich weiß gar nicht wie man es korrekt Englisch ausspricht ich bin richtig behinderter da oh ähm äh sorry hab ich grad mich behindert gefacet ja äh fast facing äh ich bin ich bin da gehandicapt in dieser Aussprache Neuralink Neura Neuro Neuralink naja du bist ja auch aus dem Osten das ist Englisch also ist schwierig ja das ist mein persönliches Squirrel das ist einfach so ein Wort was ich nicht ausgesprochen bekomme warum kann das nicht Russisch sein oder so dann könntest du das bestimmt auch ja also ich wäre schon so bei einer bei einer sechseinhalb bis sieben Tino für DMX für Prinz Philipp für Luke Mockridge also das ist für mich persönlich halt wahrscheinlich ein bisschen größer als für dich auch wenn da noch nicht die Konsequenzen da sind die eventuell noch kommen mal gucken ja doch ich habe ja Luke Mockridge auch mal ganz 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 kurz mal kennengelernt also getroffen so ein Schwein hat er dich angefasst jetzt kannst du es sagen leider nicht nein nein hat er nicht gemacht und ich finde ihn auch nicht so nicht so lustig und nicht so sympathisch ehrlich gesagt ähm er wirkte damals war 2014 oder so er war noch gar nicht so groß er wirkte eher höflich und nett aber ich fand ihn jetzt auch nicht so das sind immer die schlimmsten erst höflich und nett und dann wirst du aufs Bett geworfen oder auch nicht wolltest du das gerne nicht wirklich nein ja gut also sieben siebeneinhalb ist für mich schon drin siebeneinhalb ja ja für eine Ansage okay okay dann müssen wir aber also wenn die Queen stirbt dann müssen wir mindestens auf neun also uiuiui na klar was sagt denn der Impinato dazu also mir ist diese Woche was großartiges aufgefallen und zwar war ich das erste Mal zu Gast im Brennpunkt Internet deswegen für mich eine klare 10 okay wow das unterschreibe ich so ich habe übrigens außerdem ich wollte mich aufwärmen fürs Skaten und habe so Schwung geholt zum Springen eine Mauer hoch und beim Schwung holen habe ich vor die Mauer geschlagen und jetzt ist mein Daumen ganz dick also wahrscheinlich angestaucht oder geprellt oder irgendwas das ist geil deswegen 10 von 10 machen wir das so Mauer muss weg okay ist so da tut man sich nur weh Impinato hörst du die Musik im Hintergrund die wird immer lauter au nee ich höre die nicht aber warte mach nochmal lauter vielleicht höre ich sie ja dann jetzt warte jetzt dödet 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 dödö dödö Leute es war mir ein Fest vielen Dank an unseren Gast das war eine ausgezeichnete 100 10. Folge 1 1 0 ähm wir verneigen uns Tschüss, 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 au, 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 Arbeit oben, Autschi, Autschi, Autschi.